Hallo allerseits. Anfang September 2021 sind wir auf große Weltreise mit dem Fahrrad gestartet. Im Oktober kamen wir dann in Slowenien an und sind größtenteils der Slowenien West Loop, einer bekannten Bikepacking Route vom Bikepacking.com gefolgt. Wir wussten nicht viel von Slowenien, nur dass es ein Geheimtipp unter Naturliebhabern ist. Aber so viel sei vorab gesagt, Slowenien ist definitiv unser bisheriger Favorit auf der Weltreise. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Musik 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 Das war's. Oh. Ich kann mich nicht dran. Lecker. Ist gut? Ja, ist gut. Mh. 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 Mh- Mh. 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 Musik 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 Das war's für mich. Das war's für mich. Gut gemacht. Danke, Sir. Das war's für mich. Das war's für mich. Wirklich. So, ich habe jetzt noch ein paar Teile, die ich habe. Das war's für heute. hallo allerseits wir waren jetzt vier tage hier in einer unterkunft weil es die ganzen tage geregnet hat und auch gestern noch sehr stürmisch war und heute fahren wir jetzt weiter heute fahren wir auf 1600 höhenmeter wir haben heute einiges vor mal gucken ob wir es schaffen los geht's wir sind wir haben wir haben wir 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.